Das letzte Werk an der Arbeit heute lasse ich euch gleich und wie wenig was ausschließt, was ich mache. Ich habe heute gesehen ein Dreher, weil ich die Bekannte mitgebracht habe, das ist ein Dreher zum Wurst, zum Kleinerdrehen. Und ich wollte ihnen auch noch ein Dreher nachzahlen. So wie ein schwerer Ding, wenn ich nach der Hängende nachzahlen will, denn das ist nicht so ein allmählich Ding, weil ich nicht so sehr stark sein werde, das hier zu tun. Weil immerhin, jetzt habe ich mir das nicht reich aufgetaucht, dann habe ich ihn hier hoch, und dann habe ich mich ein bisschen verfuhrt, und dann fang ich an drauf zu gehen, und ich musste eine Handlein und konnte mir das nicht holen. Dann fang ich an sehr reich auf die Form, dann kam ich an meinen Schultern ab, und dann kam er so reich ab, dass er einfach von mir lebt. Das wird man bloß hemmenlich sagen, aber es liegt gleich nicht. Der erste Gedanke war, dass ich mich eigentlich mit oben nehme. Nicht der Wahrheit, das ist das! Ob ich das hier geworden bin, was kann ich tun? Aber Hans, ich führte was an, ich drehe mich an meinem Bastion, und dann klappte das Ding zu drehen an. Naja, was habe ich dann gemacht? Ich hoffe, ich musste die Wände, und ich bedachte ihn durch. Und was habe ich getan, ist, dass ich das Tüß bei meiner Früh, weil ich und Tina in meiner Früh sind alle wenig Treibwerker, aber ich habe nicht viel von dem, was sie dann fehlt, und so dann verteilen sich auch dort, ich sehe, dass ich Tina kam, man kann sich das steht, kann sich das dort, und sie verletzt sich einfach bis ganz ab, was ich sein soll, und sie mögen meinen Tragen in der Schulung, falls sie einfach verfallen. Und das Wunder von dem alle ist, ist, sei dein ganz ohne Verständnis. Und weißt, es ist nicht erst das Verkommels in unserem künstlichen Leben. Gott fordert einfach, dass wir ihm nur folgen tun, und dass wir weiten, was er von uns verlangen hat. Und ich sage, ich will bloß haben wie so ein Tröse, ich werde dir aber auch am guten Ort geladen, wenn ich dich schicken will. Und deswegen muss ich heute denken, dass wir ein Verständnis immer ganz klar haben, euren zwei Entscheidungen zu merken. Überhör ich einmal, was es gesagt wird, und sprich in Kapitel 3, Vers 5 in 6. So, verloh dich auf den Herrn mit dem Gottesdienst, und verloh dich nicht auf den Einen Verstand. Denk an ihm und alles, was du da bist, und heil, was dir den rechten Weg bietet. So, dann, ich will dich mit uns sprechen, und denk, was deine Arbeit ist, und denk, was du da bist im Leben, und denk, dass du die Bekannten besser wirst, und verloh dich nicht auf den Weg bietet. Und wenn du dir überzeugt bei uns, dass du das erreicht hast, wenn Gott die lernt, geht dir den Herrn, verloh dich auf Gott sich verstanden, verloh dich auf Ahm, und alles, was du da bist, und heil, was du niemals den Erreichen Reich wirst, und heil, was du immer wirst, was Gott in den Reich hast. Ich sage, Henry, willkommen. So, der Karte an dich.